Der wichtigste vierten Kongress ist der CNT EID 1936 am 1. Mai in Zaragoza, Spanien. Der Nationale Gewerkschaftsbund reiht der Internationalen Arbeitervereinigung bei. Baukonzept der Revolution. Erstens geben sie jede Menschen, was seine Bedürfnisse verlangen, ohne andere Einschränkungen in seiner Befriedigung zu haben, als dies durch die Möglichkeiten der Wirtschaft auferlegt wird zweiterfordern. Sie von jeder Person den maximalen Beitrag ihrer Bemühungen entsprechen den Bedürfnissen der Gesellschaft unter Berücksichtigung der physischen und moralischen Bedingungen jedes Einzelnen an. Organisation der neuen Gesellschaft nach der revolutionären Veranstaltung. Die ersten Maßnahmen der Revolution. Für abgeschafft erklärt werden, das Privateigentum, der Staat, das Autoritätsprinzip und folglich die Klassen, die Ausbeuter und Ausgebeutete trennen, Unterdrücker und Unterdrücker. Sobald der Reichtum sozialisiert ist, werden die Organisationen der freien Produzenten für die direkte Verwaltung von Produktion und Konsum verantwortlich sein. Sobald die anarchistische Kommune in jedem Ort gegründet ist, werden wir den neuen sozialen Mechanismus in Gang setzen. Die Erzeuger jeder Branche oder jedes Gewerbes, die sich in ihren Gewerkschaften und am Arbeitsplatz treffen, werden die Art und Weise ihrer Organisation frei bestimmen. Die freie Kommune wird beschlagnahmen, was zuvor im Besitz der Bourgeoisie war, wie Lebensmittel, Kleidung, Rohstoffe, Arbeitsgeräte und so weiter. Diese Arbeitsmittel und Rohstoffe müssen den Produzenten zur Verfügung gestellt werden, damit sie sie direkt zum Wohle der Gemeinschaft verwalten können. In erster Linie werden die Gemeinden dafür sorgen, dass alle Einwohner jeder Ortschaft mit maximalem Komfort untergebracht werden, indem sie die Krankenversorgung und die Bildung der Kinder sicherstellen. Alle Menschen werden bereit sein, die freiwillige Pflicht zu erfüllen, die zu einem wahren Recht wird, wenn der Mensch frei arbeitet, um der Gemeinschaft entsprechend seinen starken Unfähigkeiten zu helfen, und die Gemeinde der Verpflichtung nachkommt, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Natürlich muss von nun an die Vorstellung geschaffen werden, dass die Anfänge der Revolution nicht einfach sein werden und dass jeder Mensch sich maximal anstrengen und nur das konsumieren muss, was die Produktionsmöglichkeiten zulassen. Jede konstruktive Periode erfordert Opfer und individuelle und kollektive Akzeptanz und keine Schwierigkeiten für die Wiederaufbauarbeit der Gesellschaft, die wir alle im gegenseitigen Einvernehmen durchführen werden. Herstellerorganisationsplan Der Wirtschaftsorganisationsplan wird sich in allen Erscheinungsformen der nationalen Produktion den strengsten Grundsätzen der Sozialwirtschaft anpassen, die direkt von den Produzenten über ihre verschiedenen Produktionsorgane verwaltet, in den Generalversammlungen der verschiedenen Organisationen ernannt und von ihnen jederzeit kontrolliert werden. Als Basis, am Arbeitsplatz, in der Union, in der Kommune, in allen Regulierungsorganen der neuen Gesellschaft, der Produzent und das Individuum als Zelle, als Eckpfeiler aller sozialen, wirtschaftlichen und moralischen Schöpfungen Als Beziehungsorgan innerhalb der Kommune und am Arbeitsplatz der Werkstatt und Betriebsrat im Einvernehmen mit den anderen Arbeitszentren. Als Organ für die Beziehungen zwischen Gewerkschaften, Produzentenvereinigung, werden die Statistik und Produktionsräte, die sich weiterhin zusammenschließen, um ein Netzwerk ständiger und enger Beziehungen zwischen allen Produzenten der Iberischen Konföderation zu bilden. Im Feld, als Stützpunkt der Produzent in der Kommune, der von allen natürlichen Ressourcen einer politischen und geografischen Abgrenzung profitieren würde. Als Beziehungsgremium ist der Crop Council, der technische Elemente und Arbeiter, die Mitglieder der landwirtschaftlichen Erzeugervereinigungen sind, umfassen wird, verantwortlich für die Leitung der Intensivierung der Produktion und weist die geeignetsten Böden entsprechend ihrer chemischen Zusammensetzung auf. Diese Kultivierungsräte werden das gleiche Beziehungsnetz aufbauen wie die Räte für Werkstatt, Fabrik und Produktion und Statistik und ergänzen die Freie Föderation, die die Kommune als politische Abgrenzung und geografische Unterteilung darstellt. Sowohl die Verbände der industriellen Erzeuger als auch die Verbände der landwirtschaftlichen Erzeuger werden sich auf nationaler Ebene zusammenschließen, solange es sich nur um ein Land handelt, das eine soziale Transformation, wenn sie, durch denselben Arbeitsprozess, zu dem sie erzogen wurden, in dieses Dilemma gebracht werden, dies für die fruchtbarste Entwicklung der Wirtschaft als geeignet erachten, und gleichermaßen werden. Diejenigen Dienste, deren Charakteristika dazu tendieren, die logischen und notwendigen Beziehungen zwischen allen anarchistischen Gemeinden zu erleichtern, im gleichen Sinne föderiert. Wir gehen davon aus, dass die neue Gesellschaft im Laufe der Zeit in der Lage sein wird, jeder Kommune alle für ihre Autonomie notwendigen landwirtschaftlichen und industriellen Elemente gemäß dem biologischen Prinzip zur Verfügung zu stellen, das besagt, dass der Mensch freier ist, in diesem Fall die Kommune, die andere am wenigsten braucht. Die anarchistischen Gemeinden und ihre Funktion, das Individuum, die Kommune und die Föderation, die Verwaltung wird absolut gemeinschaftlich sein. Die Grundlage dieser Verwaltung wird daher die Kommune sein. Diese Gemeinden werden autonom sein und sich auf regionaler und nationaler Ebene zusammenschließen, um die Ziele allgemeiner Art zu verwirklichen. Das Autonomie-Recht schließt die Pflicht zur Einhaltung kollektiver Koexistenzvereinbarungen nicht aus, die nicht durch einfache Bewertungen geteilt werden und die im Wesentlichen akzeptiert werden. Somit verpflichtet sich eine Verbrauchergemeinschaft ohne freiwillige Beschränkung, sich an die allgemeinen Regeln zu halten, die nach freier Diskussion mehrheitlich vereinbart wurden. Auf der anderen Seite haben die Gemeinden, die sich gegen die Industrialisierung resistent gegen andere Formen der Koexistenz aussprechen, wie Naturisten und Stripperinnen und andere, das Recht auf eine autonome Verwaltung, losgelöst von allgemeinen Verpflichtungen. Da diese nackten FKK-Gemeinden oder jede andere Klasse von Gemeinden nicht alle ihre Bedürfnisse befriedigen können, so begrenzt sie auch sein mögen, werden ihre Delegierten bei den Kongressen der Iberischen Konföderation der autonomen anarchistischen Gemeinden wirtschaftliche Vereinbarungen treffen können mit den anderen landwirtschaftlichen und industriellen Gemeinden. Zusammenfassend schlagen wir vor, die Schaffung der Gemeinde als allgemeine und administrative soziale Koordinierungsstelle. Die Gemeinde wird autonom sein und mit den übrigen Gemeinden konföderiert. Die Gemeinden werden sich regional und regional zusammenschließen und ihre geografischen Grenzen nach Belieben festlegen, wenn es zweckmäßig ist, kleine Städte, Darfer und Arte in einer einzigen Gemeinde zu vereinen. Die Gruppe dieser Gemeinden wird eine eberische Konföderation anarchistischer autonomer Gemeinden bilden. Für die Verteilungsfunktion der Produktion und zur besseren Pflege der Gemeinden können ergänzende Einrichtungen geschaffen werden, die darauf abzielen. Zum Beispiel, ein Konföderaler Rat für Produktion und Vertrieb mit direkten Vertretungen der Nationalen Produktionsverbände und der jährliche Kongress der Gemeinden. Mission und interne Funktion der Gemeinschaft Die Kommune muss sich um die Interessen des Einzelnen kümmern. Er wird sich um alle Arbeiten der Organisation, Anordnung und Verschönerung der Bevölkerung kümmern müssen. Von der Unterbringung seiner Bewohner, der Artikel und Produkte, die ihnen von den Gewerkschaften oder Herstellerverbänden zur Verfügung gestellt werden. Es wird sich auch mit Hygiene, Gemeinschaftsstatistiken und kollektiven Bedarf, Unterricht, Gesundheitseinrichtungen und der Erhaltung und Verbesserung von Gesundheitseinrichtungen befassen. Lokale Medien Sie organisiert die Beziehungen zu den anderen Gemeinden und sorgt für die Förderung aller künstlerischen und kulturellen Aktivitäten. Zur ordnungsgemäßen Erfüllung dieses Auftrags wird ein Gemeinderat eingesetzt, dem Vertreter der Rats für Anbau, Gesundheit, Kultur, Vertrieb und Produktion sowie Statistik angehören. Das Verfahren zur Wahl der Gemeinderäte wird nach einem System festgelegt, indem sie die Unterschiede feststellen, die die Bevölkerungsdichte empfiehlt, wobei berücksichtigt wird, dass es Zeit braucht, die Metropolen politisch zu dezentralisieren und mit ihnen Gemeindeverbände zu bilden. Alle diese Positionen werden keinen exekutiven oder bürokratischen Charakter haben. Abgesehen von denjenigen, die technische oder einfach statistische Funktionen erfüllen, werden auch die anderen ihren Auftrag als Produzenten erfüllen und sich am Ende des Arbeitstages in Sitzungen treffen, um Detailfragen zu diskutieren, die nicht der Zustimmung der Gemeindeversammlungen bedürfen. Versammlungen werden So oft abgehalten, wie es die Interessen der Gemeinde erfordern, auf Antrag der Mitglieder des Gemeinderats oder nach dem Willen der Einwohner jedes einzelnen Beziehungen und Austausch von Produkten Wie bereits erwähnt, ist unsere Organisation föderalistischer Natur und gewährleiste die Freiheit des Einzelnen innerhalb der Gruppe und der Kommune, die der Kommunen innerhalb der Föderationen und der Letzteren innerhalb der Konföderationen. Wir gehen also vom Individuum zur Gemeinschaft über und sichern ihr Recht, das Prinzip der immateriellen Freiheit zu bewahren. Die Einwohner einer Kommune werden untereinander ihre inneren Probleme besprechen, Produktion, Konsum, Unterricht, Hygiene und alles, was zu ihrer moralischen und wirtschaftlichen Entwicklung notwendig ist. Bei Problemen, die eine ganze Region oder Provinz betreffen, müssen die Föderationen beraten, und in den von ihnen abgehaltenen Sitzungen und Versammlungen sind alle Gemeinden vertreten, deren Delegierte die zuvor darin gebilligten Standpunkte einbringen. Wenn sie zum Beispiel Straßen bauen müssen, die Städte einer Region miteinander verbinden oder Fragen des Transports und des Austauschs von Produkten zwischen Agrar- und Industrieregionen haben, ist es selbstverständlich, dass alle Gemeinden ihre Kriterien vorlegen, da sie auch ihre Hilfe leisten müssen. In Angelegenheiten regionaler Natur setzt der Regionalverband die Vereinbarungen um, die den souveränen Willen aller Einwohner der Region vertreten. Nun, es begann im Einzelnen, ging dann zur Kommune, von Dau zur Föderation und schließlich zur Konföderation über. Auf die gleiche Weise werden wir zur Diskussion aller nationalen Probleme kommen, da sich unsere Organisationen ergänzen werden. Die nationale Organisation wird die internationalen Beziehungen regeln, indem sie in direktem Kontakt mit dem Proletariat anderer Länder steht, durch ihre jeweiligen Organisationen, die wie unsere mit der internationalen Arbeitervereinigung verbunden sind. Für den Austausch von Produkten von Kommune zu Kommune werden die Kommunalräte eine Beziehung zu den Regionalverbänden der Kommune und zum Eidgenössischen Rat für Produktion und Vertrieb aufbauen, den Bedarf beanspruchen und den Rest anbieten. Durch das Beziehungsnetz zwischen den Gemeinden und den Produktions- und Statistikräten, die von den nationalen Erzeugerverbänden gebildet werden, wird dieses Problem gelöst und vereinfacht, in Bezug auf den kommunalen Aspekt genügen die Schreiben des Herstellers, die von den Werks- und Betriebsräten ausgestellt werden und ihnen das Recht geben, alles zu erwerben, was zur Deckung ihres gesamten Bedarfs erforderlich ist. Der Herstellerbrief stellt den Beginn eines Zeichens für eine Veränderung dar, die diesen beiden regulatorischen Elementen unterliegt, Erstens, dass es nicht übertragbar ist, zweitens, dass ein Verfahren eingeführt wird, bei dem in dem Schreiben der Wert der Arbeit in Einheiten des Arbeitstages festgehalten wird und dieser Wert für den Erwerb von Produkten höchstens ein Jahr gültig ist. Den Elementen der passiven Bevölkerung werden die Gemeinderäte die Verbrauchsschreiben zur Verfügung stellen. Natürlich können wir keinen absoluten Standard setzen. Die Autonomie der Gemeinden muss respektiert werden, die, wenn sie es für angebracht halten, ein anderes internes Austauschsystem einrichten können, vorausgesetzt, dass diese neuen Systeme den Interessen anderer Gemeinden auf keinen Fall schaden können. Pflichten des Einzelnen gegenüber der Kollektivität und dem Konzept der Verteilungsgerechtigkeit Anarchismus ist mit keinem Strafvollzugssystem vereinbar, eine Tatsache, die das Verschwinden des gegenwärtigen Justizvollzugssystems und damit der Bestrafungsinstrumente, Gefängnisse, Gefängnisse und so weiter, dieses Papier konzeptualisiert, dass der soziale Determinismus die Hauptursache für die sogenannten Verbrechen in der gegenwärtigen Lage ist und folglich, Sobald die Ursachen, die das Verbrechen verursacht haben, verschwunden sind, es in den meisten Fällen aufhören wird zu existieren. Somit Betrachten wir, erstens, dass Menschen nicht von Natur aus schlecht sind und dass Kriminalität eine logische Folge der sozialen Ungerechtigkeit ist, in der wir leben. Zweitens müssen diese Ursachen beseitigt werden, indem ihre Bedürfnisse befriedigt werden und gleichzeitig Raum für eine vernünftige und humane Bildung geschaffen wird. Aus diesem Grund verstehen wir, dass, wenn der Einzelne seine Pflichten sowohl in der moralischen Ordnung als auch in seiner Funktion als Produzent nicht erfüllt, es die Volksversammlungen sein werden, die mit einem harmonischen Sinn eine gerechte Lösung für den Fall finden werden. Der Anarchismus wird daher seine Korrekturmaßnahmen auf Medizin und Pädagogik etablieren, die einzigen Präventivmaßnahmen, auf die die moderne Wissenschaft ein solches Recht anerkennt. Wenn ein Individuum, das Opfer pathologischer Phänomene ist, die Harmonie, die zwischen den Menschen herrschen muss, anstrebt, wird die pädagogische Therapie dafür sorgen, sein Ungleichgewicht zu heilen und in ihm das ethische Gefühl der sozialen Verantwortung zu wecken, das ihm ein ungesundes Erbe natürlicherweise verwehrt hat. Die religiöse Frage Religion, eine rein subjektive Manifestation des Menschen, wird anerkannt, sobald sie in den Tabernakel des individuellen Gewissens verblieben ist, darf aber keinesfalls als eine Form öffentlicher Zuschaustellung oder als moralischer oder intellektueller Zwang angesehen werden. Der Einzelne wird frei sein, so viele moralische Ideen zu entwickeln, wie er für angemessen hält, wobei alle Riten verschwinden. Verteidigung der Revolution Wir geben zu, dass es notwendig ist, die Eroberungen der Revolution zu verteidigen. Vermutlich wird sich ihr Kapitalismus nicht damit abfinden, enteignet zu werden der Interessen, die sie im Laufe der Zeit erworben hat. Solange die soziale Revolution international nicht gesiegt hat, werden daher die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um das neue Regime entweder gegen die oben erwähnte Gefahr einer ausländischen kapitalistischen Invasion zu verteidigen oder um eine Konterrevolution im Landesinneren zu verhindern. Eine ständige Armee stellt die größte Gefahr für die Revolution dar, da unter ihrem Einfluss die Diktatur geschmiedet würde, die sie tödlich treffen sollte. In Momenten des Kampfes, wenn sich die Staatskräfte ganz oder teilweise dem Volk anschließen, werden diese organisierten Kräfte auf den Straßen ihre Hilfe leisten, um die Bourgeoisie zu besiegen. Wenn sie dies beherrschen, haben sie ihre Arbeit beendet. Das bewaffnete Volk wird die größte Garantie gegen jeden Versuch sein, das durch Bemühungen aus dem In- oder Ausland zerstörte Regime wiederherzustellen. Es gibt tausende von Arbeitern, die durch die Kasernen marschiert sind und moderne Militärtechnik kennen, dass jede Kommune ihre Rüstungs- und Verteidigungselemente hat, da diese bis zur endgültigen Konsolidierung der Revolution nicht zerstört werden, um sie zu Arbeitsinstrumenten zu machen. Wir empfehlen die Notwendigkeit, Flugzeuge, Panzer, gepanzerte Lastwagen, Maschinengewehre und Flugabwehrgeschütze zu erhalten, da die wahre Gefahr einer ausländischen kapitalistischen Invasion in der Luft liegt. Wenn dieser Moment eintritt, wird die Stadt schnell mobilisieren, um sich dem Feind zu stellen, und die Produzenten an die Arbeitsstätten zurückbringen, sobald sie ihre Verteidigungsaufgabe erfüllt haben. Unter dieser allgemeinen Mobilisierung werden alle Personen beiderlei Geschlechtsverstanden, die kampffähig sind und sich darauf vorbereiten, indem sie die im Kampf erforderlichen Mehrfacheinsätze durchführen. Die konföderalen Verteidigungskader, die sich auf die Produktionszentren erstrecken, werden die wertvollsten Helfer sein, um die Eroberungen der Revolution zu festigen und ihre Komponenten für die Kämpfe auszubilden, die wir zu ihrer Verteidigung auf großer Ebene führen müssen. Deshalb erklären wir, erstens beinhaltet die Abrüstung des Kapitalismus die Lieferung von Waffen an die Gemeinden, die für deren Erhaltung verantwortlich sind und auf nationaler Ebene dafür sorgen werden, die Verteidigungsmittel effektiv zu organisieren. Zweitens müssen wir im internationalen Rahmen unter dem Proletariat aller Länder intensive Propaganda betreiben, damit sie ihren energischen Protest erheben und Solidaritätsbewegungen gegen jeden Invasionsversuch ihrer jeweiligen Regierungen erklären. Gleichzeitig wird unsere ibrische Konföderation der anarchistischen autonomen Gemeinden moralisch und materiell allen Ausgebeuteten der Welt helfen, sich für immer von der monströsen Bevormundung des Kapitalismus ursprünglich.